Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Imola, aus Emilia Romana, aus San Marino und jetzt haben wir alle Bezeichnungen durch, eine wunderbare Strecke mit einer sehr traurigen Geschichte, erwartet uns heute ein mega Qualifying-Gest und auf das werden wir auch auf jeden Fall noch reingehen und heute steht auch der Springtein, abonniert gerne den Channel kostenlos, dass uns nichts mehr passt rund um die Formel 1, habt auch gerne Reactions, schaut auch gerne auf iTunes-Gaming, auf Instagram vorbei und vor allem auch gerne auf itz-schaut gerne auf TikTok auch vorbei, Link will man unten in der Bio und jetzt geht auf die erste Kurve zu, früher Tamburella-Kurve, wo auch Alton Sennaz einen tödlichen Unfall hatte, ein bisschen tricky mit diesen ganzen Sausage-Curbs, auch gestern im Regen und so weiter, wir haben auch letztes Jahr gesehen, in Kurve 1 mit Hamilton und Verstappen, war ziemlich tricky, kann auch heute sehr, sehr spannend werden, im Sprint, im Sprint, genau, hier unter anderem gab es dann den tödlichen Unfall von Ronald Ratzenberger, das ist die Villeneuve-Kurve, glaube ich und rausbeschleunigen, ziemlich schwierig noch, das waren die Einfänge meiner Runden hier, ich mag die Strecke sehr, sie ist ein bisschen, also sie sieht eigentlich viel kürzer aus, man unterschätzt diese Strecke eigentlich, aber sie ist wirklich sehr spannend, sehr cool, hier gab es echt viele Dreher und beinahe Crasher, also hier gab es, glaube ich, keinen Crasher, wo sich auch die Lenkung aufbauen, eine katastrophale Runde, sie reicht gerade so, dass wir oben rechts die Zeit halten können, aber ich bin natürlich nicht stolz drauf, zack, den Körb schneidet mal, normalerweise schneidet man den Pferden über den kompletten Rechten drüber, dass man links nicht mehr drüber fahren muss, ich mag es ein bisschen anders, im Rennen wird das natürlich morgen ganz ausgeglichen sein, die Hotline wird auch morgen kommen, das Rennen vermutlich morgen, wenn nicht, kommt es morgen, da kommt natürlich auch ein Review, beziehungsweise ein Recap zu diesem Wochenende, also zu dem Rennen am Sonntag, ich bin auch schon sehr gespannt, wie der Sprintman rausgehen wird, es hat gereicht für den dritten Platz und mit 1,2 Sekunden Rückstelle, also das bedeutet Leclerc und Albon, keine Ahnung, wer da unten ist, die sind alle noch nicht richtig gefahren. Wir kommen mal zum Recap von gestrigen, ja, mega Qualifying, es gab 5 rote Flaggen, wir beginnen hier mal, am Anfang waren auch alles sehr schön trocken, dann gleich mal in Q1 eine Explosion an Albon, also den hat es die komplette Bremse hinten rechts zerrissen und ja, Mercedes ganz enttäuschend, der Hamilton musste richtig kämpfen, um es überhaupt ins Q2 zu schaffen. Dann kam ein sehr dummer Crash von Carlos Sanz Jr., der es noch ins Q3 geschafft hat mit seiner Zeit, aber natürlich dann draußen war, das war echt sehr unnötig mit so einem Auto und gerade vor der Kulisse. Ein beinahe Crash von Kevin Magnussen löste dann noch eine rote Flagge aus, er konnte sich aber retten, dann noch einer hat abgestellt, wieder in Q2, Valtteri Bottas musste auch sein Auto abstellen, ich weiß leider nicht genau warum, aber dieses erste Teil hier sieht mir aus, als ob das Lenker irgendwie nicht komplett fähig wäre zu fahren, gab noch eine rote Flagge, dann ging es los, ein Showdown in Q3, es war ein sehr spannendes Q3 muss man sagen und das Problem war halt, ja, Charles Leclerc hier nochmal der Ausfall, der war auch der Grund, warum Charles Leclerc nicht, er durfte nur eine gezeichnete Runde fahren, er hat zwar eine Runde hingelegt, die war eigentlich ziemlich gut, dann hat Verstappen nochmal hingelegt und ja, er war genau in seiner zweiten schnellen Runde und dann kam die rote Flagge und auch in der letzten Runde, in dem letzten Versuchen hat er es auch nicht geschafft, weil dann wieder eine rote Flagge kam. So hat Verstappen sozusagen mit Glück, ich meine, ich denke auch die Pace ist im Auto drin, den ersten Platz geholt vor Leclerc, Nando Norris, mega überraschend, auch Kevin Magnussen auf vier, Fernando Luns auf fünf und im Sprint, wir kennen es im letzten Jahr in Silverstone, da ist was drinnen, Leute, ich freue mich extrem auf den Sprint heute und ja, wir sind hier in unseren Qualifying-Pay, nein, wir sind auch immer noch in der Rennstrategie, sorry, meine Freunde, sorry, sorry, sorry. Und hier können wir uns leicht mit den Schatten von Kevin Magnussen, der, ah, Kevin Magnussen, ja, es ist wie Kevin Magnussen und aus der letzten Kurve raus, es ist so verdammt hell hier, wir haben eigentlich so eine leichte bewölkte, also so dynamische Säule, da kommt ein kleiner Titscher, es reicht nicht ganz, also wieder vierzehntel, ich habe mich ein bisschen drangerobt und dann habe ich mal eine andere Kamera versucht, die finde ich nämlich ziemlich klasse, um gerade auf so Strecken zu fahren, die man nicht so, ja, hundertprozentig einsichtig sind, die mag ich, die Ansicht ist perfekt für Saudi-Arabien, möchte ich mal sagen, aber jetzt hier gucken wir uns eine Runde im Halo an, zack, hier fett den ersten Körb geschnitten, aber das geht noch so, also wenn man dann wirklich schafft, dass dieser Sausage-Körb genau zwischen den Reifen ist, dann sitzt man noch nicht auf, so la, wir haben trotzdem ein bisschen noch, ein bisschen Spiel nach oben und hier gewinnen wir noch immer noch keine Zeit, es gibt Rohde im ersten Sektor, aber minimal, 20.000, so waren wir langsamer, hier beim Rausbeschleunigen haben wir schon mal zwei Zwingel gut gemacht, da kannst du auch viel besser die Linie sehen, mich ärgert, mich nervt ein bisschen diese Stangen, damit, da muss ich euch zugeben, da waren wir ein bisschen zurückhaltend, trotzdem auch wieder hier ein paar Zehntel, das ist meine erste Runde auf Rot, by the way, und weit drüber gekommen, trotzdem schaffe ich hier noch irgendwie den Scheitel halbwegs zu treffen und wir haben sieben Zehntel im Delta, Purple im zweiten Sektor und, oh, okay, das war ein bisschen zu viel, ich bin jetzt mal so ähnlich gefahren wie die Formel 1-Fahrer gestern und da gab es nie Track Limits, also, ja, das Game ist noch nicht natürlich so rausgereift, es gab auch schon die ersten Informationen zu F1 22, da werde ich auch im Laufe der Woche ein paar Videos machen, ich muss mir jetzt auch mal angucken, was da alles so rauskommt oder was alles neu ist, ich habe irgendwas von dem Dativmodus und so weiter gehört, es soll jetzt auch irgendwie live geben, so eine Art Fortnite-Spin und das war eine mega schnellste Runde, ach Zehntel, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, Hamilton und Bottas auf Gelb unterwegs, also da ist noch immer noch Zeit drinnen, jetzt sind wir also im Qualifying, Emilia Romana und, ja, das Qualifying zum großen Preis von Imola, ich mag die Strecke, wie gesagt, das ist immer wieder tricky, Sebastian Vettel war gestern auch in Höchstform, ich glaube, der hat sogar in die Top Ten geschafft, oder? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst, aber ich glaube schon, war wirklich mega, ob die Zeit von Verstappen stehen bleibt, weil er ja unter Doppelgelb irgendwie trotzdem 17 so schneller war, man hat natürlich das Signifikante runter, das Runterbremsen, also dass er vom Gas gegangen ist, ob das genug war und was seine Verbesserung und so weiter, der genau bis bei dieser Doppelgelbphase wie Bottas da rausgeflogen ist, ist eine schnellste Rennrunde geworden, bin sehr gespannt mal, wir sind mit Rot unterwegs, das ist unser erstes Q und jetzt geht's über die Linie, schöne Windschatten, eine 1,17, 2, das ist nicht schnell, aber es sollte eigentlich zeitgleich, guckt euch das mal an, Max Verstappen und ich, wir sind die gleiche Zeit gefahren, eine 1,17, 2,48, 1 zu 1 die gleiche Zeit, Leute, klippt das bitte, klippt das, das ist eigentlich, ich habe das noch nie geschafft, glaube ich, in dem Game, ich habe es, glaube ich, mal mit Bottas geschafft in FN20, aber das habe ich wirklich, wow, das ist echt ein Wunder, wie ist das möglich, bitte, ich finde das schon ziemlich funny, das heißt, geht aus der letzten Kurve raus und wir probieren es mit Gelb, ich bin so crazy, wir haben eine Mega-Pace, wir fahren auf 95 Schwierigkeiten, also da sollte auf jeden Fall noch einiges drin sein an der Zeit und es hat gereicht, wir waren fast wieder an der Pace von Bottas dran und es gibt auch Verstappen, Hamilton und auch Paris, die es alle mit Gelb probiert haben, gucken wir mal, wir skippen hier mal und es reicht, wir werden alle, nein, 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 da haben sich viele nochmal geändert, nur wir, oh mein Gott, wie weit wir nach hinten geflogen sind, da haben sich viele nochmal umentschieden auf Rot und wir sind da gerade noch so, uh, das war ein Mega-Poker, auf dem siebten Platz ins Q3 geflutscht, okay, das war jetzt komisch, aber, okay, ja, aber trotzdem, es wird cool und es wird knapp und close, Leute, das war echt schon knapp, die ersten zwei Versuche mit Bottas und Verstappen und jetzt gehen wir mit einem angefangenen Satzreifen und dann nochmal mit einem frischen Satzreifen auf die Poliacht, ich hoffe, ihr könnt da was rausholen, aber, ja, ich denke mir nicht, dass da so viel Pace drin steckt, ich habe wieder auf die Sicht geändert, das ist so die Standard-Sicht habe ich auch umgebaut, dass man auch links cool, die Strecke ist ein bisschen vergrößert für euch und auch oben links, dass man da alles gut anblenden kann. Oben rechts habe ich noch keine richtig gute Lösung gefunden, oh, sehr sauber durchgekommen hier, trotz der, glaube ich, 3% haben wir auch nicht, ich bin da wirklich nur eine Runde damit gefahren, ganz langsame Einführungsrunde, äh, Aufwärmrunde, eine schnelle Runde, ihr habt sie gesehen im Training und das war es dann eigentlich schon. So, oben rechts habe ich noch keine richtige Lösung gefunden mit diesem Skylook, ich finde das ziemlich cool, aber ich glaube, ich muss diese Zeit, die da runter tickt, ein bisschen weiter links gehen, dann würde das Ganze passen, vielleicht, uh, da kommen wir weit raus, ach, das war gar nicht gut, es reicht trotzdem irgendwie für 1,177, ja, das ist nicht aussagekräftig, wir wissen, dass da die Zeit 7,10 schneller ist. Wir gehen jetzt noch einmal auf unseren Versuch raus, ich hoffe, wir können jetzt fehlerfrei, ähm, ins, ja, letzte, in die letzte Runde starten und hoffentlich holen wir eine gute Position raus, Leute, tippt gerne in die Kommentare und, ja, mein Tipp fürs heutige Sprint-Rennen ist auf jeden Fall, Imola ist, Imola war in der Zukunft oder in der Vergangenheit keine Strecke, wo man gut überholen konnte und das wird wahrscheinlich auch morgen der Fall, oder heute der Fall sein, morgen sowieso und ich denke, mal, es wird auch trocken sein, es wird viele Versuche geben von Leclerc, aber wer den Start gewinnt, gewinnt vermutlich auch den Sprint morgen. So, da, erste Kurve, Scheitelpunkt verpasst und das war gar nicht gut, zwei Zwintel schon, drei Zwintel in der ersten Kurve liegen lassen, aber wir wissen ja, die angefangenen Reifen, da kann noch was drin sein, dritter Platz und, yes, man, perfekt die Kurve erwischt und da haben wir schon mal eine Zwintel gefunden. Mit dem frischen Reifen geht es natürlich auch um eine Ecke besser, wie gesagt, ähm, meine gerade Alonso ist so weit vorne, ähm, der war zeitgleich fast mit Norris und Magnussen, Magnussen, sehr weit vorne, ich gönne allen dreien den dritten Platz und die haben es auch alle drei verdient, wir hatten auch eine mega Aufholjagd von, ähm, Carlos Sainz 10, der vom zehnten Platz starten wird, auch Vettel wird sich ein bisschen schwer tun und hier haben wir schon mal Zeit gut gemacht, ein paar Tausend, das reicht für Lila im zweiten Sektor und wir wissen, wo die Zeit liegt, in der letzten Kurve liegt die, beziehungsweise vor der letzten Kurve und selbst natürlich auch nach der letzten Kurve, Salah, runter hier, gut gefahren, wir sind draußen, wir haben ein paar Tausend, oh, mein Quartier sind und jetzt hier keinen Fehler, nein, ich bin wieder rechts über dieser Drecks, es reicht für die schnellste Rennrunde, Leute, es reicht für die schnellste Rennrunde, eine 1.17.0, aber keine, alle sind noch hinter mir, alle sind gerade für die schnellen Runden, wir beenden hier mal, gehen raus und gucken, für was es gereicht hat heute, ich denke mal nicht, dass die Pole drin war, weil ich bin teilweise, habe ich da 1.16er Zeiten von den anderen gesehen, also bei mir wird es nicht reichen, ins Q3 zu kommen, aber trotzdem, ah, die Pole zu halten, aber ich habe trotzdem eine Mega Runde da noch rausgeworfen, trotz der zwei Fehler, die sehr signifikant waren, ah, 1.9 Sekunden, 0, ach man, nicht mal zwei Zehntel haben uns da von, ja, Max Verstappen getrennt, it's unterstrich, Tobi, schaut gerne auf TikTok vorbei, da kommen viele Sachen online, auch Recaps und so weiter, falls ihr das, holl ich ein guter Rennen nicht sehen könnt, Links normal in der Bio, mein Tipp ist auf jeden Fall, Leclerc gewinnt das, ah, Verstappen vor Leclerc und dahinter kommt Alunso, bis zum nächsten Mal, danke so gut. Bis zum nächsten Mal.